So, so, so... Ähm... Wartet kurz... Ich bin schon wieder voll unvorbereitet und so, ich hab ja Kappelsalat... Weil ich einfach die Aufnahme schon wieder starte, ohne nachzudenken... Ähm... Oh Gott, ist das unprofessionell... Wie ein Lusche... So, okay... Also... Letztes Mal hab ich halt diese Scheiß... Äh... Wie heißt das? Pfannen? Nee... Ach, Katneli... Ah... Ja, das hab ich ja bis zur Dark World geschaffen... Mh... Aber ich hab ja überlegt, dass ich jetzt wieder für... Da, 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 da... Lässt ich jetzt mal wieder versuche... Ein paar Pflaster zu sammeln... Und zwar hier in dieser... Sword Factory... Dazu hab ich auch gleich wieder mein schlaues Büchlein... Man weiß halt... Wobei, ich brauch das ja noch gar nicht... Ich hab ja hier noch nicht mal Abfluss gemacht... Oder ich kombiniere beides... Ja, ich kombiniere beides... So, ich guck mal kurz... Oh, mein Dokument ist echt schon kaputt gegangen... Es ist schon so lange hier... Voll verstaubt... Warte, neues Pergament muss ich... So, Light World... Chapter 3... Mhm... 3-1... Also 1... Da soll's ein Bandage geben... Okay, dann gucken wir mal... Hab ich hier schon Abfluss? Ja... Dann suchen wir mal das Pflaster... Mh... Mh... Mal sehen mich das auf... Die schnelle Finde... Mal gucken... Da ist es ja schon... Ah, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich... Aber... Ich würd mal sagen... Es ist nichts... Was jetzt so atemberaubend schwer wäre... Man muss halt hier nur ein bisschen... Feingefühl beweisen... Und... Ein Hauch von Glück... Würd ich mal sagen... Ist auch lustig... Ah, springen wir zu weit... Okay... Es wird nicht schwer... Es wird nicht schwer... Gib mir noch paar Minuten... Ein paar Sekunden... Ich schaff das gleich... Ja... Jetzt muss ich das Level nur noch schaffen... Und da ich überhaupt nicht mehr weiß... Wie das ging... Es war so klar... Nee, ich muss erst mal das Level können... Vorher ich das Pflaster da hole... Wie ging das nochmal? Na gut... Der erste Sprung ist behindert... Der Rest ist dann... Nur Klacks... Was ist das immer? Wie schnell man da stirbt... Na gut, okay... Holen wir das Pflaster nochmal... Oh Gott... Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Fettvie-... Ich verstehe das nicht... Ich verstehe das nicht... Oh Mann... Was ist das für ein Charakter, Mann... Ich verstehe das nicht... Der kann so schweben wie der andere... Der kann so schweben wie der andere... Aber irgendwie gibt das keinen Sinn... Was ist denn das... Was ist denn das... Was ist denn das... Was ist denn das... Der kann ja mal voll... Alter... aber damit kann man ja voll nicht umgehen erstmal zurück zur Karte 1, 2, Banditsch habe ich 3, 4, Banditsch habe ich nicht ich bleib beim Meat Boy erstmal ach das war diese Scheiße ja da brauche ich ja schon wieder Hilfe ich habe keine Ahnung wer da warte mal ich guck mir das alles genau an also da kann man nichts machen oh man irgendwie geht das doch schon hier alles gar nicht das geht nicht wie soll das bitte schön gehen außer man hat einen Charakter der da was kann aber ich glaube man kann alles mit dem Charakter josef ach das war ja josef ich kann damit voll nicht umgehen aber an sich ist es lustig wenn man damit umgehen kann das ist voll okay oh schau aber das geht trotzdem nicht weil der nur geradeaus fliegt ne ich habe keine Ahnung also ich bräuchte mal wieder Hilfe wie immer keine Ahnung wie man da hinkommt wir überspringen das jetzt einfach mal gekonnt 3,5 da gibt es eine Warp Zone und zwar wer ist das mit dem das ein eine 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 Die Frage ist selbstverständlich, wo ist der Schlüssel? Das ist doch schon wieder scheiße, ey. Bitte, der fällt... Da war er. Das ist doch scheiße. Immer müssen sie sich so eine Kacke ausdenken. Danke. Okay. Ich bin echt gespannt, was mich erwartet. SMB. Zippersmash vs... Oh Gott. Oh, herrlich. Oh, ist doch super. So ist das. Hä? Wie kommen wir denn da hin? Ja, ja, ja. Bla, bla. Ich verstehe es nicht. Wieso ist das Spiel denn so komisch und unlogisch immer? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich will nur einmal versuchen... Ich will nur einmal versuchen... Der war gut. Und dann versuchen hochzuspringen mit der Hoffnung, dass das dann ein bisschen höher geht. Aber das ist einfach scheiße. Ey. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Was ist das? Ey, die packen da einfach ein Pflaster in die Luft. Das überhaupt gar nicht geht. Alter, Mann. Das geht doch gar nicht. Guck mal, der kommt nur so hoch. Scheiß Bastarde, ey. Können mich an. Arsch. Ist klar, wenn ich Sachen einbauer in einem Spiel, die überhaupt nicht gehen, dann ist klar, dass das Spiel schwer ist. Und dass es eh nicht geht. Kann ich auch entwickeln. Oh, ich bin so ein toller Entwickler. Ich entwickle ein Spiel, was nicht geht und sage, es wäre zu schwer. Das geht nicht. Ja, aber lass ich auch raus, ey. Komm, Bock auf so eine Scheiße. So. Das habe ich nicht auf Abfluss geschafft. Das holen wir aber nach. Yeah. Toll. Der war schon voll langsam. Ja. Wie viel Zeit darf ich denn haben? 12.20. Sollte doch wohl zu schaffen sein. Okay. Mann, 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 Mann. Diese Warp-Star habe ich schon so aufgeregt. Ich bin schon aufgeregt. Das ist ja auch schon so. Ich fühle mich aufverlässig. Oh, Mann, Mann. Ich bin von Ihnen in den letzten Jahren. Das ist doch gar nicht alles. Ich bin von ihm schon so aufgeregt. Oh, Mann, Mann. Okay. Hier ist schon bei mir. Ich bin von mir. Ich bin von mir. Ich bin von mir. Aber ich bin von mir. Um, ok. Ok. Oh nein, Mann, ich will nicht sterben. Jetzt ist hier noch ein Bandage. Ach, das ist der Tunnel. Oh nein, verkackt. Oh nein, das geht gar nicht, Mann. Ich will das Level wenigstens schaffen. Jetzt habe ich wenigstens schon mal einen Pflaster sicher. Ähm, ich kann es nur mal versuchen. Ja, da muss ich wenigstens dieses erste Pflaster hier nicht mal holen. Das war nämlich auch ziemlich Lack. Och, ey. Verschwende dein Leben doch nicht. Brauche ich schon nicht mal weitermachen. Cool. Da seht ihr mal, wie viel Potenzial ich habe. Scheißdreck habe ich, ey. Das ist noch ein bisschen shitty hier. Oh Gott. Und wieso mache ich mal drei kaputt? Sauber. Okay. Tunnel wird schon mal geschafft. Weiter geht's. Ich gucke auf die Uhr. 20, fast 20 Minuten. Da geht noch was. Drei, acht. Da gibt's nichts. Aber ich habe noch keinen Abfluss. Deswegen hol mal Abfluss. Hm. Was war denn das nochmal? Wieso habe ich da keinen Abfluss? Hier habe ich auch keinen Abfluss. Ey, mach mich tot. Mach mich tot. Mach mich tot. Kann das Ding auch was? So, wie viel Zeit brauche ich nicht? Ja, jetzt wo ich es nicht will? Ja, ist so klar. Schafft das schon. Ganz knapp. Was wäre ich nur ohne dieses tolle Spiel? Was wäre ich nur ohne dieses tolle Spiel? Was wäre ich nur ohne dieses tolle Spiel? Abfluss. Gucken wir mal wieder zurück. Ähm. Das nächste war 3, 10. Das ist ja hier. Da habe ich auch keinen Abfluss. Aber da fehlt Bandage. Bandage habe ich aber trotzdem. Bei 3, 11 fehlt mir Bandage. Und hier fehlt mir wieder Abfluss. Das heißt. Drei Level mit Abfluss. Okay. Läuft ja wohl zu schaffen sein. Was ist denn das schon wieder? Ach, nicht schon wieder so eine Rappel-Rappel-Kacke. Ich habe keinen Bock jetzt darauf mal. Ich wollte Abfluss holen. Rappel-Rappel-Kacke. Und ich habe keinen Abfluss gekriegt. Dankeschön. So. Hier fehlt mir Abfluss. Und. Ein Flass-Day. Wo ist das Flass-Day? Wo ist das Flass-Day? Kann man jemand sagen, wo das Flass-Day ist? Da. Da. Da war es. Junge. Okay, warte. Hier. Okay. Haha. Ah, Hammer. So, und jetzt holen wir nochmal A+. Warte mal. Zurück zur Karte. A+, dürfte eigentlich locker machbar sein. Ah, gut. Hier, äh, was hat mir hier gefehlt? A+, ne? Wie soll ich denn hier A+, holen? Kann ja eh nicht höher. Danke, mein Freund. Dankeschön, mein Freund. A+, gut. Zurück zur Karte. Ah, jetzt hab ich schon wieder viel Zeit vergeudet. Und was sieht ja alles sehr schön aus bis jetzt. 3,11 war das. 3,16. Fehlt mir ein Pflaster, also ich muss hier ähm, A+, machen und dann da das Pflaster holen. Okay. Hier A+. Hier A+. Hier A+, machen. Hm. Hm. So. Ach, 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 ach. Mann, wieso bin ich denn schon wieder so Bobby-haft? Mann, das kotzt mich ja schon gar an. Ich hätte mal wieder gucken können, wie viel Zeit ich benutzt, äh, gebrauchen darf. Aber das hab ich mal wieder nicht nachgeguckt. Aber geschafft. Jetzt hier fehlt mir das Pflaster. Wo ist das Pflaster, äh? Wenn ihr das Pflaster seht, dann sagt mir Bescheid. So. Was ist das denn im Wölz? Das wusste ich auch nicht. Das hab ich noch nicht mal mehr nachgeguckt auf meinem Zettel hier. Boah, wo ist das Pflaster, Mann? Ist nichts. Das ist die Welt sogar wieder weggegangen. Dann hol ich mir erstmal jetzt die Welt ab. Warte mal. Ich guck mal kurz. Ach, das steht ja auch gar nicht Bench. Das steht überhaupt so. Ogmo. Ach so. Dann kann ich hier auch einfach stehen bleiben. so from jumper ist das die scheiße alter was was ist denn das genial wie genial ist der mann das ist der hammer den charakter lieb ich wie genial alter ich muss nur noch lernen die umzugehen genial man genial ohne scheiß aber übel schwer das ist übelst heftig der erste sprung könnte schon ganz schön ja wie soll ich das machen ich muss eigentlich den part beenden alter war das ist heftig zu geniale ja ja ich weiß nicht was ich werde den part beenden und einfach beim nächsten part sofort hier weitermachen ok ähm einen kleinen schnitt zack tschüss und so und bis zum nächsten part bis dann bis dann